Die am häufigsten falsch beantwortet Theorieprüfungsfrage in Österreich. Welche ist es denn nun? Wir haben sie gemeinsam mit F-Online ermittelt aus über 21 Millionen gegebenen Antworten. Mehr dazu kommenden Sonntag auf meinem YouTube-Kanal Bernhard Hummel Mobilität Führerschein Zukunft. Da gibt es jeden Sonntag rund um das Thema ein neues Video. Zu finden unter bernhardhummel.at-youtube. Solltet ihr den Kanal noch nicht abonniert haben, würde mich natürlich freuen, wenn ihr jetzt gleich mal abonniert. Und am kommenden Sonntag schauen wir uns dann gemeinsam den Platz 1 der am häufigsten falsch beantworteten Prüfungsfragen gemeinsam genauer an. Also es wird richtig spannend. Was ist Platz 1? Alles Liebe, alles Gute und hoffentlich bis bald. Würde mich sehr freuen. Tschüss, euer Bernhard.